Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 DB Reward 4 im Live-Let's Play. Wir nähern uns dem Ende der Nordic-Kampagne und zwar mit Norditalien. Aber du musst dich beeilen. Die Besucher greifen die Anlage an, während wir sprechen. Sichere die Anlage. Und danach hast du freie Hand, die neue Waffe zu testen. Ei. Kane hat die Ankunft der Besucher vorhergesehen und wusste, dass eine mächtige Waffe nötig sein würde, um die Invasion in eine produktive Richtung zu lenken. Kane hat ein Forschungszentrum hier in Norditalien mit dem Bau der Katalyst-Rakete beauftragt. Die Waffe ist einsatzbereit, aber die Besucher sind unberechenbar und attackieren das Forschungszentrum. Währenden sie die Zerstörung des Raketensilos und reparieren sie die Einrichtung. Anschließend können sie das Blatt mit ihrer neuen Waffe verwenden. Wenn die Besucher unberechenbar sind, sind sie mit Sicherheit ein Albraum für alle Mathematiker. Sorry, der muss einfach sein. Baut, empfange Nachricht. Die Katalyst-Startrampe wird von den Besuchern angegriffen. Erobern sie sie, bevor sie zerstört wird. Äh, nein. Die Bruderschaft vertraut mich. Reparieren sie die Katalyst-Startrampe, damit wir die Katalyst-Rakete einsetzen können. Schützen sie sie vor den Aliens. So, ich hab doch mal gesagt, dass ich mal Venoms machen werde, ne? Weil jetzt über das gesamte Let's Play habe ich das jetzt noch nicht ein erstes Mal wirklich gemacht. Der UN-Sie verlassen im Nordgebäude, bevor die Aliens sie zerstören. Wir brauchen zusätzliche Produktionskapazitäten. Und das hier ist genau eine Mission, die dafür doch geeignet wäre. Neue Bauoption. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Skopje Panzer. Haha, so mag ich das. Schlagen wir los. Würde ich definitiv sagen. Wir sind bereit. Äh, da rein. Finde ich auch lustig. Die Alien-Einheiten nähern sich von Norden. Echt Norden. Achso, warte. Bereit. Schlagen wir los. Gebäude besetzt. Wir verschwenden Zeit. Feindliche Einheiten in Sicht. Neue Bauoption. Ausbildung. Einsatzziele erreicht. Baut. Worauf warten wir noch? Baut. Abbeschluss. Wenn wir da an der Handkiste. Baut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Patrouille bereit. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Verstanden. Wir greifen an. Sonder wird angegriffen. Stimmt. Bau abgeschlossen. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Baut. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Reparatur läuft. Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Ungeeigneter Bauplatz. Baut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Piu-piu-piu. 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 Piu-piu-piu-piu-piu-piu. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Raus abgeschlossen. Geld. Aber das ging Geld. Was anderes gewesen. Alles ruhig. Nein. Ja. Auf Patrouille. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Ungeeigneter Bauplatz. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Ungeeigneter Bauplatz. So müsste das passen. Was gibt. Verstanden. Ich habe noch keinen. Genau das fehlt mir. Okay. Die tun echt weh. Das tut mir so sehr weh. Also nochmal zwei Geldkisten. Bau abgeschlossen. Verstärkung nähert sich. Hier lang. Stealth Panzer Einsatz bereit. Stealth Panzer. Ich glaube Stealth Panzer Einsatz bereit. Ich bin mir allerdings unsicher. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Wir verstecken uns dort. Bau abgeschlossen. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Baut. Unterstützpunkt wird angegriffen. Der macht nicht so viel Schaden. Okay. Es greift nur einer den an. Das ist in Ordnung. Einheit wird angegriffen. Au. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Ungeeigneter Bauplatz. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. So das sollte reichen. Ausbildung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Bruderschaft vertraut mir. Bau abgeschlossen. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Neue Bauoptionen. Und bitte an die Laserkondensatoren. Gleich. Was brauchen Sie? Äh. Feindliche Einheiten. Ich habe hier keine Waffenfabrik auf der Seite. Das sehe ich jetzt erst. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Wie sieht es aus? Au. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Meine eigenen Raketen töten meine Leute. Das ist sehr kacke. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Eine kacke ist es jetzt nicht. Aber es ist seitdem. Und ist mir auch nicht wurscht. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Äh. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Vertrauen Sie mir. Ich wollte das wachen. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich werde mich nicht da nach oben schicken. Während da die Dinger sind. Da habe ich nämlich ein bisschen Schiss vor. Wenn er dann stirbt. Alles ruhig. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Zeit. Komm mal mit. Roger. Und bewegt euch mal dahin. Einheit wird angegriffen. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Sie springen über die Kluft. Wollen Sie doch. Oh. Feindliche Einheit der Sicht. Wenn ein Gleiter bereit zum Abheben. Genau. Damit schafft er das. Ich hoffe jetzt nur. Jetzt kommen die nicht genau dann an. Und dann. Äh. Flup. Sieht nicht so aus. Das ist sehr schön. Das hier könnte ruhig anerkennen. Wie ihr wollt. Das ist mir egal. Ähm. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja. Ich muss jetzt nur warten. Bis ich einige Venoms habe. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Auf die Seite. Obwohl ich glaube der eine. Sollte hier gut genug sein. Der grasst das nicht schnell genug ab. Oder. Kann ich mir noch ein. Ich weiß nicht. Kann ich mir noch einleisten? Venom Gleiter bereit zum Abheben. Auf Patrouille. Na klar. Patrouille bereit. Gehen wir auf die Jagt. Los. Los. Sein gestein. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Du sagst sie hier los. Mh. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir sind bereit. Panzerdivision. Komm mal zurück. Wir kommen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Jetzt wird geerntet. Schießen sie los. Was gibt's? Okay. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Irgendwas gesehen? Alles ruhig. Sollt ihr euch bitte dort einen weiteren Sammeln. Venom Gleiter bereit zum Abheben. Tiberium ist die Höhe. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Na. Passiert. Na Katze. Bist wieder zurück. Legst dich wieder da auf den. Näh. Näh. Wo läst du denn? Was willst du Katze? Willst du da hochspringen? Ich lade immer ein bisschen Weg frei. Bitteschön. Kannst du da hochspringen. Brauchst mich gar nicht so doof anzugucken. Geh halt dem nicht da hoch. Okay. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Kann sich denn auch nicht entscheiden, wo er so lang will. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ach immer dieser Moment, wenn Katzen irgendwas machen und dann sich so ähm. Ne. Sich dann so. Also sie machen etwas. Gucken sich dann kurz um. Putzen sich und so. Äh. Ist nichts passiert. Alles gut. Einheit wird angegriffen. Das hat sie gerade gemacht. Ne Katze. Ja. So. Nicht anders. Eine Venom Gleiter Armee. Ich meine. Ich habe schon einmal Gator und Ganschips gemacht. Vertikus. Könnte ich natürlich auch machen. Allein weil sie viel effektiver gegen Luft mittlerweile sind. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Aber wenn im Gleiter hat man das komplett noch gar nicht. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Oh mein Gott. Es hat mir null Geld gegeben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ich war noch nie so glücklich über null. Ah. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Vorsicht. Hätte den gar nicht bauen müssen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Auf die Beine. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ja ok. Doch die Handen das jetzt schneller aber als das Nachwechsel ist. Das ist ok. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Es sind 41. Ich greife mal mit 41 an. Verstanden. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Nicht mehr ganz so effektiv ist. Zumindest die Abwehrtürme. Einheit wird angegriffen. Feindliche Basis in Sicht. Einheit verloben. Wir haben sie auf dem Radar. Verfasse Ziel. Damit. Mit dem. Mit mit allem. Gott sind die effektiv. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ausbildung. Komm mal her. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Die Bruderschaft hat zum Beispiel. Zack was mit denen. Ey das ist. Hahaha. Äh. Kann ich irgendwie helfen? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ich brauche mal einen davon. Einen davon. Achso stimmt. Einen Tempel von Nord will ich auch noch haben. Hat das schon immer 50 Sekunden gedauert? Ich glaube schon. Bin mir unsicher. Äh. Weg. Wir können jetzt hier ruhig auch weg. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Brauche ich auch nicht mehr. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Braucht mehr Land. Gebäude verhaft. Bau abgeschlossen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Nord braucht mehr Land. Einer da hin. Einer da hin. Da rein. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Dann fahrt mal. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. So der eine. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Obwohl. Nö. 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 Kann hier bleiben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Was gibt's? Okay. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Weil ich für eine Atomrakete einsetzen. Äh. Aurora Rakete. Sorry. Ihr seid was kaputt. Euch will ich mal reparieren lassen. Verstanden. Auch irgendetwas? Oder oben ist noch etwas kaputt. Auf Patrouille. Okay. Wir kennen den wahren Weg. Wir nehmen was uns gehört. Ja dann nimm mal. Ich weiß nicht ob dir das gehört. Hast du nachgefragt ob dir das gehört? Ne. Gehört ihr trotzdem. Verstehe ich schon. So wie ältere Brüder. Ist mir egal ob es dir gehört. Jetzt gehört es mir. Ne. Ertet so viel ihr könnt. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wer kennt es noch. Hand heben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wer einzelkinder seid. Dürfte natürlich nicht die Hand heben. Man kann nie genug haben. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ist fertig. Sehr schön. Ohne. Das. Ungeeigneter Bauplatz. Dann. Ich muss noch kurz warten. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ich glaube ich habe etwas übertrieben mit den vielen Venoms. Aber ich bin mir da etwas unsicher. Sind nur 196. Ich bin hier bereit zum Abheben. Schlachtfeld erweitert, welche Einheit verlobt. Der hat da immer reingeschossen auf die Marnein. Alien-Einheiten nähern sich von Norden. Wir verfolgen den Karten, haben Sie fertig zum abheben. Bitter. Sie bleiben bereit zum initialisieren Video-Ablegen. Gut gemacht, Commander, aber die Invasoren erhalten Verstärkung. Sie kommen von Westen. Zeigen Sie dem Pack Ihr neues Spielzeug. Ich habe bereit zum abheben, als das Ziel erreicht. Empfange Nachricht. Ja? Erzähl mir mehr. Wenn im Gleiter bereit zum abheben, die Kette ist startbereit. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Es ist jedes Mal dieses Bonus hier so verarscht. Jedes verdammte Mal. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Ey, du kriegst eine neue Waffe, setze sie ein. Ey, jo, im Gleiter bereit zum abheben. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Wenn im Gleiter bereit zum abheben. Krass ist. So, ne. Und vorhin dieses Bonus-Ziel kommt zuerst so nach 5 Sekunden, nachdem er die Waffe bekommen hat. Und was habe ich ja allererstes damals gemacht? Oh, sofort keine US-Rakete einsetzen. Und so, dann dieses Bonus-Ziel und das Bonus-Ziel fehlgestanden. So. Oh. Ich habe mich so verarscht gefühlt hier. Das ist aber noch normal. Das hätte nie... Ah. Das ist genau auf die 88 reingewogen. Ah. Schlimm. Schlimm. Aber gut. Das war es mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat. Das war ein Like da. Und wir hören uns dann bei Operation Stiletto in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Schönen. 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 Schönen.